Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen EMTB Tour hier auf meinem Kanal. Wir haben gerade eine neue EMTB Tour gestartet. Diesmal bin ich nicht alleine. Wir sind gerade in Gmunden am Traunsee und Moment, da muss ich jetzt kurz aufpassen. Genau, wir sind gerade in Gmunden, also fahren gerade durch Gmunden durch. Unser Plan ist es, auf den Grünberg hochzufahren und dann hinten runter zum Laudachsee und dann Richtung Almsee. Und dann werden wir von Almsee Richtung Offensee, von Offensee Richtung Ebensee und dann wieder retour nach Gmunden. Das ist unser Plan. Ich fahre jetzt über Rot drüber. Es sind ungefähr 80 Kilometer und 1400 Höhenmeter. Alter, ich habe keine Ahnung, wo ich hier fahren kann, da ist überall versperrt. So, jetzt bin ich hier raus. Wird auf jeden Fall eine sehr geile Tour wieder, Leute. So, jetzt fahren wir wieder runter. Irgendwie finden wir die Straße zum Grünberg nicht. Es war zwar hier angeschrieben mit Laudachsee, jedoch ist das, glaube ich, für Fußgänger gedacht, weil da vorne ist eine Stiege. Da kommen wir nicht hoch, außer wir schieben die Fahrräder hoch, aber das tun wir nicht. Jetzt suchen wir einen anderen Weg. Aber wir sind eben immer noch in Gmunden. So, jetzt versuchen wir es hier. So, jetzt haben wir die Straße gefunden, was uns zum Grünberg bringt. Es gibt eben Beschilderungen, die sind rot, also so rote Beschilderungen für EMTB-Fahrer, für Fußgänger und ich glaube sogar für normale Biker sind da die Strecken schön beschrieben. Und wir fahren jetzt eben berghoch zum Grünberg. Und dann geht es hinten runter zum Laudachsee. Bin schon auf die Abfahrt gespannt. 6,8 Kilometer haben wir gerade hinter uns. Bin auf Tour unterwegs. Sehr selten, dass ich auf Tour fahre, aber diesmal habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es aus. Rest Akku habe ich noch 95 Prozent. Es geht ganz schön bergauf hier. Na ja, da vorne ist schon der Grünberg, aber es sitzt. Es sind noch ein paar Höhemeter, die vor uns liegen. Noch ist die Straße asphaltiert. Aber ich denke, das wird sich bald ändern. So, jetzt fahren wir da in den Wald rein. Da gibt es auch noch Parkplätze, falls jemand wissen möchte. Da kann man sein Auto kostenlos abstellen und hier dann in den Wald rein zum Grünberg. Grünberg. Rechts. Jetzt gehe ich aber auf EMTW. Jetzt wird es lustig. Von hier sind es noch. 50 Minuten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Ich weiß jetzt nicht, ob die Lade ist. also links geht es zum grünberg und geradeaus zum laudachsee also da ging es auch geradeaus zum grünberg also links zum grünberg aber die frage ist ob man da eben wieder runterfahren kann zum laudachsee weil wir müssen zum laudachsee und dann unsere tour von dort fortsetzen zum almsee und dann eben offensee eben sehen offensee werden wir dann wahrscheinlich ins wasser gehen auf jeden fall ist es gerade angenehm schön kühl im wald das passt trinkwasser bräuchte ich noch irgendwo irgendwie habe ich die plasche nicht ganz aufgeflückt es ist überall ein bisschen furcht weil in der nacht hat es sehr stark geregnet aber es ist halb so schlimm wir haben eine dreckigkeit wir haben eine dreckigkeit da kann man schon schön stopp geben mein herzfrequenz liegt bei 165 ja und wir sind gerade schon 371 höhenmeter gefahren so viel schlamm heute wird es eine dreckige tour ein grund um ins wasser zu springen später macht schon spaß so so einer straße mit dem tp hoch zu fahren sobald laudachsee nach links da sind die schilder Wir sind auf einer offiziellen Mountainbike-Strecke unterwegs, ausnahmsweise. Na ja, let's go, hey, überall, Pfützen und Schlamm und wow. Alles klar! Weg! Das ist schon eine geile Abhüllstrecke. Genau was für E-Bag. Wooh! Ah! So, jetzt fahren wir da, glaube ich, raus aus dem Wald. So, jetzt fährt er. Schon? Ja. 10 Kilometer haben wir ganz genau. Jetzt sind wir gerade aus dem Wald rausgefahren. Eine mega Aussicht, Leute. Hier Traunstein. Traunsee sieht heute etwas grünlich aus. Moment, das ist wegen meiner Brille so. Ich dachte mir schon, der See schaut heute ein bisschen anders aus. Aber das ist wegen der Brille. Naja, aber sieht trotzdem mega geil aus. Ja, jetzt geht es hier weiter zum Laudachsee. Wir sind auf jeden Fall schon am Grünberg, jedoch nicht am Gipfel. Ich glaube, wir werden auch nicht am Gipfel ankommen, sondern wir fahren einfach so seitlich vorbei. Und ja, Richtung Laudachsee. Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Auf geht's! Ja, es war jetzt eine kurze Abfahrt. Weiter geht's zum Laudachsee. 30 Minuten haben wir noch laut Beschilderung. Aber wahrscheinlich für Fußgänger. Da ist Laudachsee. Wo? Da. Ja, da sind wir an einer Kreuzung. Grünberg fahren wir glaube ich nicht, oder? Grünberg haben wir jetzt umgefahren. Grünberg war da. Ja. Haben wir jetzt umgefahren. Ja, da gibt es ja einen Brunnen. Trinkwasser? Ja, es geht wieder. Ja, sicher. Ja, wie gesagt, das reicht noch nicht. Das muss Trinkwasser sein. Das muss Trinkwasser sein. Ja. So, jetzt sind wir beim Laudachsee. Und dann fahren wir weiter. Weil ich glaube nachher zwischen Almse und Almse ist eh nichts mehr glaube ich. Da ist noch zu bald, oder? Ja, sicher. Du weißt du. So, jetzt fahren wir rund um den Laudachsee. Also nicht eine ganze Umrundung, aber auf jeden Fall diese Seite fahren wir dann entlang. Und dann fahren wir runter zum, also nach Scharnstein oder genauer gesagt Richtung Grünau. Dort werden wir uns dann einen Steckerlfisch reinhauen. Da war es noch ein bisschen zu früh um Pause zu machen. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren weiter und machen unsere erste Pause eben in Grünau. Wo wir dann ein Steckerlfisch essen und dann schön was trinken. Auf jeden Fall waren hier auch viel zu viele Leute. So, da ist nämlich eine. ein Weg, wo man schön mit der Fahrrad fahren kann. Da war gut. Da war gut. Wir sind schon weg vom Laudachsee. Wir sind gerade eben unterwegs. Flüssig. Ja, Richtung Grünau. Das war jetzt nicht so eine geile Strecke. Es ging ein bisschen bergab, aber das war es dann auch schon. So, jetzt geht es glaube ich nur noch bergab Leute. Hoffe ich zumindest. Das war's. Irgendwie will es nicht bergab gehen. Also bis jetzt die ganze Zeit fast nur bergauf oder geradeaus. so richtig bergab war noch nicht drin, aber das kommt noch. Aber wann? Oh, geil. Ein Steineck. Das ist glaube ich Zwillingskogel. Und wieder bergab. So Leute, wir haben 22,2 Kilometer hinter uns. und sind unterwegs seit fast zwei Stunden. Restakku habe ich noch 57 Prozent. Wow. Wow. wieder von der Straße abgekommen. Das war auch wieder knapp. So, jetzt mache ich die große Geschwindigkeitstacho auf, damit ihr ein bisschen mitverfolgen könnt, wie schnell wir unterwegs sind. Wasp. Wasp. Wow. So, jetzt sind wir wieder fast bald. Yeah, 73 kmh. Stopp einmal. Vielleicht müssen wir irgendwo reinkrochen im Wald. So, jetzt haben wir kurz überlegt, weil wir sind jetzt richtig viel bergab gefahren. Und dann haben wir gesagt, wir schauen mal auf die Karte, ob wir eh richtig runterfahren. Weil wir wollen ja direkt in Grünau ankommen. Aber so wie wir runterfahren, fahren wir Richtung Scharnstein. Und das ist eben, verlängert die Straße ein bisschen. Optimal wäre eben, wenn wir direkt den ganzen Bergab, die ganze Abfahrt bis nach Grünau kommen würden. Dann würden wir auch Akku sparen. Und ja, das wäre halt optimal. Und dann von dort aus Richtung Almsee, Offensee. Jetzt fahren wir halt, so wie wir gerade fahren, fahren wir Richtung, wir sind gerade zwischen Grünau und Scharnstein. Und dann müssen wir erstmal nach Grünau und dann zum Almsee. Also es wird halt eine, ja, die Tour wird lange. Also die Tour dauert im Schnitt, laut Plan soll es 5 Stunden dauern ungefähr. Ja, mit dem Akku wird es halt auch ein bisschen knapp. So Leute, wir sind jetzt schon den Berg runtergefahren, sind gerade in, ja, keine Ahnung wo. Ich glaube, wir sind in Traxenbichl oder so. Oder das war dort, wo wir unten angekommen sind. Ein bisschen am Rande von Scharnstein. Und jetzt fahren wir eben Richtung Grünau. Ja, wir versuchen so viel Akku zu sparen, was nur möglich ist. Weil wir wissen nicht, wie der Abschnitt zwischen Almsee, Offensee und Offensee bis Ebensee ist. Ja, den Abschnitt kennen wir nicht. Da sind wir noch nie gefahren bis jetzt. Deswegen sind wir ein bisschen vorsichtig unterwegs. Wir schalten die Unterstützung ab, wo es nur geht. Und ja, im Moment habe ich 56% Restakku. Wie viele Kilometer haben wir gemacht? Ja, 30 Kilometer haben wir bis jetzt hinter uns. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall fahren wir sicherheitshalber ein bisschen sparsam. Damit wir nicht nachher ein Problem bekommen. Falls wir noch Höhemeter machen müssen zwischen Almsee und Ebensee. Dass wir da noch ein bisschen Strom haben. Ja, auf jeden Fall freue ich mich schon auf den Steckerlfisch. Was wir uns da vorne dann in Grünau gönnen werden. Ja, wir sind in Grünau. Wir sind in Grünau angekommen, Leute. Nur noch ein paar Kilometer, dann sind wir beim Steckerlfisch essen. Dann freue ich mich schon heftig drauf. Und dann haben wir genug Power für die zweite Hälfte der Tour. Auf geht's. So, jetzt sind wir beim Steckerlfisch angekommen. Das ist die Hütte hier links. Da kann man Steckerlfisch essen. Schmeckt sehr lecker. Das wicht auch schon sehr. So Leute, Fische und ein Erfrischungsgetränk haben wir uns reingeballert. Jetzt sind wir wieder weggefahren von dort. Wir fahren gerade Richtung Almsee und dann geht's ab nach Richtung Offensee. Ich bin schon auf den See gespannt. Ich war noch nie dort und das wird das erste Mal sein. Wenn das Wetter noch passt und der See schön ist, dann werden wir auch reinspringen. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir ja überhaupt bis dorthin kommen, weil, ja, schauen wir mal. So, jetzt sind wir vorbei an Cumberland. Das ist so ein Wildpark zwischen Grünau und Almsee. Kann man auch mit Kindern herkommen. Eine riesengroße Anlage. Es gibt zwar nicht viele exotische Tiere, aber man kann trotzdem Wölfe, Bären, ja, ein paar Hirsche, Enten, Fische und solche Tiere eben dort anschauen. Ja, jetzt sind wir eben unterwegs Richtung Almsee. Ein paar Kilometer haben wir noch. Es ist, ja, auf Eco-Modus ist das schon richtig anstrengend. Wir haben gerade 38 Kilometer zurückgelegt. Ich bin jetzt mit Tour-Modus unterwegs. Die Reichweite wird mir noch 36 Kilometer angezeigt, wenn ich auf Tour weiterfahre. Ja, schwer zu einschätzen, weil wir eben, wie schon gesagt, einen Abschnitt zwischen Almsee und Offensee nicht kennen. Aber ich denke, das geht sich schon aus. Auf jeden Fall ist hier rechts die Bundesstraße, wo man zum Almsee fahren kann. Und hier links daneben eben die Fahrrad-, die Mountainbike-Strecke. So, wir sind gleich beim Almsee angekommen. Nur noch ein paar Kilometer, ich glaube ungefähr eine Kilometer. Dann werden wir rechts abbiegen Richtung Offensee. Und ja, es bilden sich schon Wolken und ich habe das Gefühl, dass der Regen kommen wird. Ja Leute, wir sind gerade unterwegs zwischen Almsee und Offensee. Da ist auch so ein schöner Fluss, der wahrscheinlich von Offensee hier runterkommt. Eine schöne Strecke, aber ich muss sagen, ich bin schon total fertig. Zurückgelegte Strecke liegt bei 46 Kilometer. Also schon jede Menge Kilometer zurückgelegt. Normalerweise dauern meine Touren insgesamt so viel, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber jetzt liegen noch einige Kilometer vor mir. Es wird knapp. Restakku habe ich noch 38 Prozent. Und wenn ich auf Tour weiterfahre, dann wird mir 22 Kilometer Reichweite angezeigt. Ich bin gespannt, ob sich das ausgeht. Ich denke, dass das sehr, sehr, sehr knapp sein wird. Und ich bin auch schon so fertig. Unglaublich. Meine Muskeln, also egal welche Unterstützung ich wähle. Es ist einfach alles schon anstrengend im Moment. Wir hoffen nur, dass uns der Strom nicht ausgeht. Aber ja. So, jetzt schieben wir die Räder. Damit wir Strom sparen, ein bisschen. Ist das jetzt? Da ist aber irgendetwas falsch, oder? Nein. Wie? Was? Die fahren ohne Strom und wir schieben mit Strom. Wir haben den E-Bag dann schieben. Die Räder machen, oder? Nein, dann schiebe ich noch ein bisschen. Ha. Lustig. Leute, wir sind schon total K.O. Haben jetzt die Fahrräder, ich glaube, um die, ja, ich glaube, eine Kilometer lang geschoben, berghoch, ausgeschaltet, alles. Und ja. Jetzt geht's wieder endlich geradeaus. Laut der App, was wir benutzen, liegt der Ofensee bei 600 irgendwas Höhenmeter. Und wir sind gerade auf 800 irgendwas. Das heißt, irgendwann muss es bergab gehen bis zum Ofensee. Aber wir wissen nicht wann. Ist richtig anstrengend schon. Traunsee liegt bei 350 Meter ungefähr. Also Gmunden unser Startpunkt, wo wir gestartet sind. Das heißt, von Ofensee zum Traunsee müssten es auch noch, muss es auch noch bergab gehen, ja. Wenn die ganzen Daten stimmen. Das ist das, wo wir einfach nicht gewusst haben, wie der Abschnitt hier ist. Konnten wir nicht wirklich einschätzen. Ich fahre gerade mit Eco. Wir haben 47 Kilometer hinter uns. Mit Eco habe ich noch eine Reichweite von 27 Kilometern. Ja, und Restakku liegt bei 35 Prozent. So, jetzt weiß ich hier nicht links oder geradeaus. Links oder wahrscheinlich geradeaus. Ja, genau. Offensee geradeaus. Auf jeden Fall haben wir eine, haben wir was großes vorgenommen heute. Wie es aussieht. Aber ja, wird ein bisschen Challenge werden. Aber wir lieben ja Abenteuer, oder? So, ich nehme euch wieder auf die Brust und dann gebe ich wieder ein bisschen Stoff. So Leute, wir fahren und fahren und fahren und fahren. Die ganze Zeit berghoch. Und irgendwie hat es kein Ende. Jetzt sind die Hoffnungen wieder sehr groß, dass hier vorne wieder bergab geht. Jetzt geht es, glaube ich, bergab. Ich bin genau in die Wasser, in den Wasserkanal reingefahren. Man fährt ja dorthin, wo man hinschaut. Und genau das ist eben passiert. Ach, die Abenteuer gerichtet. Alleing, criminals . Und wir müssen dann dazu dran gehen. auf jeden fall ein schöner trail geiler Abfahr, wow was gibt es da rechts abfahr, wow was gibt es da rechts da vorne ist der Offensee, aber noch richtig weit jetzt sind wir bergauf geschoben und bergauf schieben wir auch nicht schlecht da gibt es eine strecke für biker schlafen wir ein wenig also ich sehe da keine strecken also biker sollen den weg nehmen naja es geht eigentlich leute das ist wieder mal ein abenteuer let's go einfach ein geröll mit einem EMTB runterfallen habe ich noch nie gemacht bis jetzt das ist aber echt lustig muss ich sagen so 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 muss ich jetzt wieder nach rechts oder das ist jetzt hier die Frage ich weiß nicht ich weiß nicht so 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 man muss aufpassen man muss aufpassen hier ja ab geht's zum Offensee ab geht's zum Offensee jetzt jetzt muss ich schauen was passiert ja jawohl gefährlich da oben so so wieso zeigt der 13 km Reichweite ja Freunde wir sind beim See angekommen beim Offensee da gibt's sicher ladestationale aber wir haben halt nichts zum laden traumhaft schön hier beim Offensee kühlt gerade meine Beine ein bisschen bevor wir wieder weiterfahren kühlt bis wir die 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 So Leute, Offensee war schön. Haben uns ein Erfrischungsgetränk gegönnt, ein bisschen Pause gemacht, Beine ins Wasser gesteckt. War sehr schön und angenehm und jetzt fahren wir weg von Offensee Richtung Ebensee. Motor ausgeschaltet. Ich habe nur mehr 30% Restakku. Gefahren sind wir 52,6 Kilometer. Ich hoffe wir müssen keinen Berg mehr hoch fahren, aber ich glaube um die 100 Höhenmeter sind noch irgendwo drinnen. Aber wir wissen nicht wo. Weil laut dieser Turn-App sind es ungefähr 1450 Höhenmeter und wir haben gerade 1350 hinter uns. Der See ist auf jeden Fall extrem schön, aber heute ist es extrem windig. Kalt ist er nicht, also nicht so kalt wie der Fluss Alm, wo ich letztens drinnen war. also eigentlich easy für mich, aber es ist halt windig. Darum habe ich jetzt keinen Bock gehabt, dass ich hier reingehe. Aber sonst ein wirklich schöner See. Komme ich bestimmt nochmal. Heyo Leute, was geht? Wir fahren jetzt Richtung Ebensee, haben aber gerade auf die Karte geschaut. Wir landen nicht direkt in Ebensee, sondern noch weiter hinten, also nach Ebensee. Dann müssen wir erst nach Ebensee fahren und dann erst nach Gmunden. Also Leute, wir müssen extrem sparen mit dem Akku. Wir haben extrem viel Gegenwind. Wir haben gerade fast 60 Kilometer hinter uns gelassen. Ich habe noch 29% Rast-Akku, weil ich die ganze Zeit ohne Unterstützung fahre. und mache mich so klein es geht beim Bergabfahren, dass ich den Gegenwind nicht so spüre. Aber es ist trotzdem extrem windig. Wir haben hier gerade zwischen Offensee und Ebensee einen schönen Platz gefunden. Hier gibt es Leute, die hier unten baden und ins Wasser gehen. Schöner Ort. So, schönes Platz gefunden. In die Merkliste aufgenommen. Jetzt geht es aber wieder weiter Richtung Ebensee. Es liegt noch ein bisschen was vor uns. Also los geht's. Also los geht's. Yo Leute, wir sind in Ebensee angekommen. Ohne Unterstützung. Wir fahren immer noch auf Modus Off. Wir haben jetzt exakt 65 Kilometer zurückgelegt. Und Rest-Akku immer noch bei 29%. Weil wir auf Off fahren. Und von Ebensee weg haben wir bis zum Auto um die, ich schätze mal, 18 Kilometer. Das heißt, die Unterstützung kann man schon bald wieder einschalten. Und das müsste sich jetzt eigentlich easy cheesy ausgehen. Aber ich fahre noch, solange es geht auf Off und dann irgendwo vorne werde ich dann auf Echo beziehungsweise auf Turbo schalten. Dann werden sich meine Beine freuen. Und ich auch. So, jetzt sind wir rausgefahren von Ebensee und fahren Richtung Gmunden entlang der Traunsee. Jetzt habe ich wieder die Unterstützung eingeschaltet. Fahre gerade mit Eco-Modus. Zeigt mir eine Reichweite an von 24 Kilometern. Haben bis jetzt 68 Kilometer zurückgelegt. 15 Kilometer müssen wir noch fahren bis nach dem Gmunden. Das geht sich ganz genau aus mit Eco-Modus. Bleibt sogar noch ein bisschen Rest-Akku. Auf Tour zeigt er mir genau 15 Kilometer. Also Tour müsste sich auch noch ausgehen. So, hier seht ihr auch schon die Kirche von Traunkirchen. Weil wir sind nämlich gleich in Traunkirchen angekommen. Über Traunkirchen geht es dann weiter Richtung Altmünster. Und dann sind wir auch schon in Gmunden. Ich fahre jetzt mit Tour-Modus. Die Reichweite steigt. Als ich auf Tour umgeschaltet habe, war die Reichweite bei 16 Kilometer. Jetzt ist es raufgegangen auf 23 Kilometer. Die Prozente werden weniger, aber die Reichweite ein Kilometer steigt. Auf jeden Fall Traunkirchen auch. Ein sehr schöner Ort. Kann ich euch nur empfehlen. Ja Leute, wir sind in Altmünster. Nur noch 1,5-2 Kilometer bis zum Auto. Dann haben wir es endlich geschafft. Zurückgelegte Strecke liegt bei 80,4 Kilometer. Reichweite habe ich noch 10 Kilometer. Ich fahre gerade auf Turbo-Modus. Und habe nur mehr 14% Rest-Akku. Also das geht sich easy cheesy aus. Aber man darf nicht vergessen, wie oft wir die Unterstützung komplett ausgeschaltet haben. Wir haben auch einige Kilometer das Fahrrad berg hoch geschoben, damit sich das Ganze eben ausgeht. Und wie wir sehen, war das Ganze nicht umsonst. Auf jeden Fall sehr viel Verkehr. Wir fahren gerade die ganze Zeit von Ebensee bis Gmunden. Auf jeden Fall war man eigentlich immer auf der Bundesstraße unterwegs. Ein paar Fahrradwege, aber nicht so viele. Also eigentlich sehr uninteressant. Aber da müssen wir auch durch. Es gibt keine alternative Strecke nach Gmunden. Das ist die einzige Strecke. Und ja, deswegen weiter geht's. Ja Leute, wir sind jetzt am Parkplatz angekommen, wo wir die Tour gestartet haben. Wir haben es geschafft. Aber wir sind beide total fertig. Ich zeige euch noch die ganzen Daten, bevor wir das Bike aufladen. Auf den Träger. Und zwar haben wir genau 82,3 Kilometer hinter uns gelassen. So weit bin ich noch nie gefahren. Das war die längste Runde, die längste Tour, was ich bis jetzt gemacht habe mit dem Bike. Mit einem Fahrrad allgemein. Also so viel bin ich echt noch nie gefahren. Wenn ich mit Turbo weiterfahren würde, hätte ich noch 10 Kilometer Reichweite. Gehen wir mal auf Eco. Auf Eco hätte ich noch 20 Kilometer Reichweite. Und die Batterie, die Akkukapazität beträgt 13 Prozent. Und das heißt, ein bisschen was wäre noch drin. Jetzt will ich euch noch die Fahrzeit sagen. Die Fahrzeit beträgt 4 Stunden. Also 4,5 Stunden sind wir gefahren. 1394 Höhemeter haben wir insgesamt gemacht. Also eigentlich stark. Es war echt stark. Also 1400 Höhemeter. 82,3 Kilometer. Und immer noch Restakku. 13 Prozent. Wobei, wie schon gesagt, wir haben oft die Unterstützung komplett, also total ausgeschaltet. Das Fahrrad ein paar Kilometer lang berg hoch geschoben. War auch mega anstrengend. Aber wir wollten eben Akku sparen. Und jetzt sind wir eben beim Auto. Und haben es endlich geschafft. So. Jetzt laden wir die Bikes auf den Träger hoch. Und dann fahren wir ab nach Hause. Leute, es war eine schöne abenteuerliche Fahrt. Vor allem die Abfahrt. Also die Abfahrt war mega geil. Zum Offensee. Wo man eben über Geröll runtergefahren sind. Das war echt eine neue, tolle Erfahrung für mich. Also damit haben wir wirklich beide nicht gerechnet. Das war wirklich ein Highlight. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Abenteuer. Macht's gut. Ciao.